Herzlich Willkommen zu einem weiteren Video. Heute bin ich mal nicht auf meinem Account unterwegs, sondern beim guten BlackDeath57. Der hat nämlich gestern ordentlich gepaid, hat deshalb auch ein paar Gems übrig, hat noch die Events offen, hat ordentlich Dünertaschen im Lagerhaus und ich werde dann einfach mal das Lagerhaus durchschauen, da mal alles aufmachen, mal gucken was sich da an Dünas machen lässt. Ich darf auch Trades machen für 50, 60k oder so. Ich darf sogar bis zu 100k, aber ich glaube so viel wird es nicht brauchen. Und ich schaue bei den Events mal rein. Also alles in allem eigentlich so eine Art Gameplay. Wie verarbeite ich danach den Kauf? Fangen wir einfach mal bei der schwebenden Insel an. 555 Zauberpulver. Das ist natürlich ein Träumchen. Der Jackpot ist gerade auch groß. Da haue ich einfach mal schnell durch erstmal ein paar. Gucken wir mal was sich da machen lässt. Ich hoffe halt sehr auf die Fünfer-Truhen. Ich denke da stimmt der mir zu. Weil der kann sicher ordentlich Bücher gebrauchen. Da haben wir die 40 Fünfer-Truhen. Genau die sucht man. Dünasteine, Fünfer-Truhen, Durchbruchsteine. Das sind so die Main-Dinger. Man kann hier einiges bekommen. Die 20 Dünasteine habe ich glaube ich noch nie gesehen. Dann die Truhen sind nice. Die Entzündungsschneide sind glaube ich ganz gut. Die Durchbruchsteine sind gut. Also der kann da einiges gebrauchen. Ich glaube Zauberpulver durchhauen macht eigentlich immer Spaß. Wir wollen hier natürlich nicht vergessen es abzuholen. Damit hier nichts verfällt. Aber ich bin eher so der Typ, ich haue die immer schnell durch. Oh, wann ist nochmal 50? Oder 40? Wir werden sehen. Ich weiß nicht. Ich habe noch nie das Gefühl gehabt, ich kriege mehr oder besseres Zeug raus, wenn ich langsam das Pulver durchhau. Ich spam das meistens. Ich glaube das ist aber nicht ganz so toll anzuschauen. Nochmal die 40 Fünfer-Truhen. Alter, habe ich ja ein Glück. Also mache ich es jetzt mal so semi-schnell. Die Droid-Steine sind natürlich auch geil. Ich glaube der hat den Droid noch nicht mitgelegt und die Weld auch nicht. Die nimmt er gerne mit. Aber wie gesagt, hauptsächlich die Steine. Da waren die 800 Durchbruchsteine auch sehr sehr schön. Perfekt. Ich weiß jetzt nicht wie viele Dünersteine da genau bei rumgekommen sind. Ich glaube er hatte 68 am Anfang, oder? Das heißt es waren immerhin 26 Steine schon mal nur aus der schwebenden Insel. Das ist schon mal ein geiler Start glaube ich. Machen wir einfach mal weiter. Beim Geschenkrat. Hier hat er noch seinen Spin übrig. Ich hoffe ich bekomme nicht den Coin oder diesen Token. Ne, perfekt. Das sind nur drei Truhen, aber die nimmt er auch mit. Bei dem Brettspiel-Würfelspaß schätze ich mal, dass wir hier auf diese Karma-Stand-Truhe hoffen. Das bedeutet, ich will mindestens zwei Puzzleteile bekommen. Natürlich immer schwierig. Die Puzzleteile sind viel zu selten, finde ich. Aber mit ein bisschen Glück ist da was drin. Ich habe bei meinem eigenen Account aus drei Tris auch zwei Puzzleteile bekommen. Ich konnte dann da eben die mitnehmen. Die ist einfach stark. Das ist so ein geiles Ding. Einem fehlen ständig diese Karma-Steine. Für ihn ist das glaube ich nicht mehr drin. Nope. Schade drum. Aber auch ordentlich Schloss-Truhen. Ich denke später, wenn wir die aufmachen, wird da auch einiges bei rumkommen, was er noch gebrauchen kann. Ich mache jetzt einfach mal bei den Heldenkristallen weiter. Hier hat er 150. Ich denke auch hier ist die Hoffnung auf Dünersteine. Eine Lady Whale, ein Lord Roy, das ist glaube ich auch ganz nice. Irgendwas in die Richtung. Ich glaube aber hauptsächlich auf Düners, weil ich glaube, da fehlt noch das Relikt. Bin mir jetzt nicht ganz sicher. Da bekommt man leider immer nur die fünf. Die 20 habe ich auch schon gesehen. Aber sehr, sehr selten. Also die geben sie nicht leicht raus. Naja, nochmal 10 Dünersteine. Wen habe ich jetzt da bekommen? Wahrscheinlich irgendein Arktiker oder so. Ja. Oh, und den Droid. Das ist auch nice. Dieser Lord Droid bringt ihn jetzt nämlich auf Evo. Das ist natürlich ein Träumchen. Das mache ich einfach mal. Ich nehme das jetzt mal raus. Ich glaube, ich darf das. Weil der ist zwar kein absoluter Top-Held. Also ob der den Durchbruch leveln will, lasse ich ihm über. Ich glaube, das wird er nämlich nicht tun. Aber wenigstens auf Devo kann man den mal haben. Allein für das Schicksal für den Düner. Damit ist der Lord Droid auch mal auf Devo. Gott, ob man es jetzt braucht oder nicht. Darüber kann man streiten. Jetzt ist er halt einfach da. Ich denke, beschweren wird er sich nicht. So ein Droid. Einfach fürs Düner-Schicksal reicht schon, dass der sich lohnt. Das Lagerhaus sieht natürlich wundervoll aus. Allein hier die Truhen. Die Fünfer-Truhen sind mega. Die 50 Düner-Taschen sind natürlich auch ein wundervoller Traum. Die kommen am Ende gleich noch. Ich fange jetzt erstmal mit den Einser-Truhen hier an. Na, die sind jetzt nicht allzu spannend. Aber auch ganz praktisches Zeug drin. Also ich denke, allein die Ehre kann man gebrauchen. Man kriegt heutzutage kaum Ehre. So ein bisschen, was hat man davon gerne rumliegen. Da muss man sein Prestige nicht wasten. Die Zweier-Karten. Mein Gott, die Helden sind echt schlecht. Hier, denke ich, braucht er ordentlich blaue Kristalle. Das wird so der Main-Fokus sein, der da hoffentlich rauskommt. Ein paar von den Essenzen sind sicher auch nicht schlecht. Aber ich glaube, da hat er keinen großen Mangel. Naja, die Karten, also die Helden-Karten sind, glaube ich, das Unnötigste, was bei rauskommen kann. Gilden-Truhen. Naja, die machen wir jetzt nicht auf. Bei der Dreier-Truhe wird es wahrscheinlich auch, werden es die Karma-Steine, die roten Kristalle und die Ehre sein. Naja, man beschwert sich nicht. Ich finde die Truhen wirklich geil. Man braucht es irgendwann nicht mehr unbedingt. Aber so diese Grundressourcen würde ich jedem kleinen Account empfehlen. Also jeder Account, der wirklich am Anfang ist und noch nicht gar 2000 Essenzen rumliegen hat oder so. Kauft euch einmal dieses 16-Euro-Paket, wenn ihr nicht Free-to-Play seid. Und nehmt euch da die Truhen mit. Das lohnt sich wirklich richtig. Allein für die Bücher von der Fünfer-Truhe. Bei den anderen Truhen kriegt ihr ordentlich Ressourcen. Hier hoffe ich jetzt mal auf 200, 300 Bücher pro Kiste. Bis jetzt sieht es wirklich ordentlich aus. 700! Ja, dafür kommt danach gar nichts, auch gut. Also, ja. Wir gönnen ihm natürlich hier das Maximum. Viel machen kann ich da jetzt nicht oder viel beeinflussen. Ich warte dann einfach aufs Ende. Bis gleich. Die sind jetzt durch. Er hat jetzt ca. 18k Bücher. Davor waren es 10. Das bedeutet, aus 256 Kisten kamen jetzt ca. 8k Bücher. Ich glaube, da kann man sich echt zufrieden geben mit. Wir schauen weiter bei den 8er-Paketen hier. Ein HL wäre natürlich geil. Ich glaube, davon hat er nicht allzu viele. Perfekt. Da kam erstmal gar keins. Kann man leider auch nie beeinflussen. Auch hier am Ende angekommen. Weiß ich jetzt gar nicht, ob seine Skins alle auf Max sind. Wenn nicht, wäre natürlich wundervoll, die hier noch hoch machen zu können. Ai, ai, ai. Da war einer faul. Dann mache ich das jetzt mal kurz. Ich denke, da würde er sich auch nicht beschweren. Wirklich viel falsch machen kann man da nicht. Ah, die sind ja alle viel zu niedrig. Der war wirklich faul, was hier seine Skins angeht. Sehr schlimm. Na ja, ich mache das jetzt hier noch ganz kurz durch. Ich glaube, nach dem Bombenturm ist auch Schluss. Und dann passt es. Ah ne, hier ist er eins. Wundervoll. Perfekt. Er hat ja auch noch sechs Neuner-Pakete. Auch die mache ich auf ein Erquicken. Der Rest ist natürlich kompletter Scheiß. Das Erquicken ist nice. Die Skinboxen lasse ich ihm jetzt mal. Die sind eh uninteressant. Aus der Heldenkarte braucht er, denke ich, einen Rampart vielleicht fürs Relikt. Oder einen Borealfuchs. Irgendwas in die Richtung. Aber ich glaube, letztendlich ist er eigentlich ganz gut versorgt. Egal, was rauskommt, das würde ihm nicht wehtun. Ein Rodrigo. Mein Gott. Da kommt eh nie was Sinnvolles bei rausgefühlt. Bei diesen Super-Pet-Kristalltruhen. Da wird es jetzt interessant. Ich weiß nicht, was sein höchstes Super-Pet ist. Ich glaube aber, keins ist auf Maximum. Das bedeutet, wir hoffen auf das. Naja, wir hoffen auf eine Schlange, einen Frost-Citan und eine Kizune. Irgendwie sowas. Damit der da mal eins richtig hoch bekommt. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ich habe so ein Ding noch nie aufgemacht. Eine Kizune. Ordentlich. Also das würde ihm definitiv weiterhelfen. Hoffe ich mal. Weil, naja. Max Super-Pet ist super wichtig. Wenn man einen Dünner hat und eben noch nicht die Boxer-Pet-Taktik in der Arena spielt. Weil es ja nicht um die Top 20 geht oder so. Ist so ein gutes Super-Pet, wo man mal gescheit Trades von bekommen kann, wirklich wichtig. Machen wir weiter mit diesen Schloss-Truhen. Die sind eher uninteressant. Da kommt eigentlich immer nur Müll raus. Außer diese Wappentaschen. Noch mehr quicken, okay. Die 10er-Truhen hingegen sind wirklich interessant. Da ist, glaube ich, richtig geil draus. Sind die Seelensteine für ihn noch. Dann werden die Kodexe geil sein. Ich denke, der kann Verstärkungskarten gebrauchen. Aber da würde ich halt wahrscheinlich lieber sogar rote Kristalle nehmen. Naja. Was kommt raus? Rote Kristalle. Ordentlich sogar. Ein paar Kapstern-Rubine. Ich glaube, da kriegt man mehr, wenn man Riss macht. Das ist natürlich ein bisschen schade, da welche zu bekommen. Die 5er-Karten sind jetzt auch nicht so der Mega-Bringer. Ich denke, wenn ich die jetzt aufmache, wird da nichts kommen, was er noch unbedingt gebraucht hat. Oh Gott. Das ist schrecklich. Eine Überrest-Tasche. Mein Gott. Das sind alles so kleine Sachen. Die kriegt man. Die braucht man nicht wirklich. Ein Bohrer. Naja. Jetzt kommen wir nämlich langsam hier beim interessanten Part an. Bei den Düner-Taschen. Ich werde jetzt hier erst noch die 10 epischen Taschen aufmachen. Mal gucken. Man kriegt ja eh immer nur Dämonen, junger Funke. Ich werde jetzt hier bei den Düner-Taschen anfangen. Bin mal sehr gespannt. Ich mach jetzt erstmal nur einen. Okay. Wenn das so weiter geht, dann hat er bald sein Relikt auf Max. Also bis jetzt kein einziges Mal nur einen Stein bekommen. Das hätte ich nicht sagen dürfen. Ei, ei, ei. Aber die 30 am Anfang waren natürlich schon mega. Die haben sich super gelohnt. 5. Ich glaub alles über 5 sind top. 1 und 2 ist natürlich immer schade. Aber sobald man 5 oder mehr bekommt, sagt keiner nein. Nochmal 5. Ich mach jetzt mal 10 auf einmal auf. 66, 22, 30 und 39. Boah. Das ist richtig ordentlich. Reicht das schon für 2 Düners? Könnte das sein. Fast 2 Düners. Jetzt hier nur durch die Taschen. Da ist das Relikt nämlich auf 10. Wundervoll. Ich würde jetzt auch glatt sagen, ich mach hier mal. Lass ihm das jetzt hier auch einfach mal. Das ist eine unheimlich glückliche Account. Das ist ja dreist. Natürlich sind die Relikt jetzt nicht geil für den Düner an sich. Aber ich denk die erstmal stehen zu lassen. Damit mach ich jetzt nicht wirklich viel falsch. Er hat auch noch Verstärkungswechsel. Ich mach davon jetzt einfach mal einen an. Guck hier mal rein. Und dann schau ich mal, wer wirklich irgendwie noch Verstärkungen braucht. Okay. Also ich würde jetzt einfach mal hier anfangen. Das ist ja traurig, was die Welt hier hat. Ich mach immer eine 5er Karte, einfach damit da rechts was steht. Und dann würde ich sagen, bastle ich hier die mal ein bisschen auf Genauigkeit. Wenigstens, dass hier links 5 sind oder so, dass er mit dem rechten, wenn da eine Genauigkeit kommt, easy auf eine 6er Verzauberung kommt. Und bis jetzt hab ich da sehr, sehr viel Pech. Also das ist ja wirklich krank. Normalerweise kriegt man Genauigkeit wirklich leicht. Eher nicht. Na, das ist das erste Mal. Kommt mir nicht so vor, als wäre das ein Account, wo ich jetzt mal eben mit 6k Gems einen perfekten Helden hinbastle. Naja, kann man nicht viel beeinflussen leider. Da ist die nächste 5er Genauigkeit. Ich muss mir noch überlegen, wie ich das am dümmsten mach. Ich möchte nicht hier 20 Minuten lang rollen. Das ist total uninteressant. Vielleicht werde ich es beschleunigen, wenn ich es hinbekomme. Ansonsten gucke ich, dass ich vielleicht immer, wenn interessante Trades kommen, irgendwie wieder reinschalte. Das überlege ich mir dann noch. Die nächste 5er Genauigkeit ist da. Jetzt geht es doch langsam in die richtige Richtung und wird aber auch langsam teurer. Also die ersten 4, da ist das 4te, ist nie ein Problem. Das hier wird jetzt nämlich ekelhaft. Hm, schade. Wenn das eine 5er Genauigkeit gewesen wäre, hätte ich aufgehört. Naja gut. Ich gucke mal, dass ich noch eine 5. hier hinbekomme und dann schauen wir mal weiter. Da ist die nächste 5er Genauigkeit. Wenn ich jetzt natürlich hier mit 3, 4 Karten und eine 5... Perfekt! Damit ist die Welt erstmal ausgestattet. Die lasse ich jetzt so stehen. Ich denke, das ist kein Account, wo die Helden auf 7 von 7 müssen. Ich schaue mal mit einem kalten Erbe rein. Das ist ja der Horror. Was macht denn der hier? Also kriegt das Erbe jetzt auch erstmal noch Trades und anscheinend kriegt das Erbe Genauigkeit. Ach du Scheiße. Da habe ich auch schon 2 5er Genauigkeiten. Ziel ist für mich immer links 5 5er hinzubekommen und rechts einen. Weil dann ist die Verzauberung erstmal auf 6. Das kann man so stehen lassen. Und dann kann man, wenn man den Helden auf perfekt ziehen will, immer noch rechts hier rumrollen. Ich werde das jetzt aber nicht weg machen. Da werde ich ganz sicher keine 2 5er Genauigkeiten bekommen. Links kriegt man es dann eigentlich so mit 10, 20 K Gems nochmal hin. Dass man dann links wenigstens perfekt ist. Meistens scheitert es wirklich rechts an den Karten. Da ich jetzt ca. 10.000 Gems gebraucht habe und immer noch keine 5 5er Links habe, werde ich jetzt mal bei einem anderen Helden weiterschauen und dann gleich wieder zurück zum Erbe gehen. Das wird mir einfach zu teuer. Der hat ja nirgendwo Trades gemacht. Ach du Scheiße. Ich würde sagen, auf den Achse reinpacken wir Ausweichen. Das finde ich immer noch top. Das habe ich auch auf meinem so. Das werde ich auch nicht ändern. Ausweichen ist halt so das schwerste Trade, glaube ich. Also da bekommt man am wenigsten von. Ich habe jetzt gerade schon bei der Genauigkeit kein Glück gehabt. Bin mal gespannt, wie teuer das hier wird. Ich möchte nicht unter die 100, 120.000 Gems da rechts gehen. Den Rest kann ich verpulvern. Ich habe auch hier jetzt kein Glück. Also lasse ich das jetzt genauso stehen. Auch hier fehlen sogar noch 2. Aber auch da habe ich jetzt ordentlich reingehauen. Der Arme hat kein Glück mit seinen Trades. Also hier gute Trades zu bekommen, ist wirklich ein absoluter Krampf. Hier bei der Wasserheiligen werde ich jetzt auf Crit Widerstand gehen, wenn es klappt. Bräuchte ich halt erstmal einen Crit Widerstand für. Da, das passt erstmal so. Und dann gucken wir mal, dass wir da ein bisschen Crit Widerstand drauf bekommen. Die Wasserheilige war jetzt definitiv um einiges leichter. Die hat jetzt, keine Ahnung, 7 Kalt Gems gekostet oder so. Da ist die 6er Verzauberung. Ich werde jetzt nochmal zurückgehen zum Erbe. Und hier fehlt einfach nur die letzte Genauigkeit. Die muss jetzt mal her. Das ist ja schlimm. Das kostet so viel. Da ist sie endlich. Damit ist das Erbe auch auf 6 von 6. Jetzt gehen wir zum Axturan. Auch dem fehlen nur noch 2. Ich hoffe, da geht es jetzt genauso leicht. Ich habe gerade in einem Roll 2 5er Genauigkeiten bekommen. Natürlich auf dem Axturan der Dodge braucht. Aber das ist unfair. Ich werde den Axturan nochmal liegen lassen. Ich habe jetzt nochmal 5, 6, 7 Kalt Gems rein oder so. Da will kein Dodge kommen. Ich weiß nicht, was das sein soll. Ich gucke einfach mal beim nächsten Helden und komme später nochmal zurück. Der Dünner gefällt mir doch schon mal. Also so sollten die Helden nämlich aussehen. Ich weiß nicht, was mit den anderen los war. Hier fehlt noch ein 4er, äh ein 5er. Gott, der soll die mal saven. Nicht, dass hier irgendwie einer rollt und dann passiert irgendwas Dummes. Rechts fehlt natürlich auch noch eine 5er Genauigkeit. Aber das sieht schon mal praktisch aus. Traurig wäre jetzt natürlich, wenn rechts irgendwie 2 5er Crit kommen. Und er seinen gesamten Traits umbauen muss. Mal schauen. Eieiei, der Rampart. Ich weiß nicht, ob er die 4er alle in einem Roll gerollt hat. Oder ob er die gesaved hatte. Aber die werden jetzt einfach alle brutal weggehauen. 4er braucht kein Schwein. Wir packen da jetzt eine 7er Verzauberung drauf hoffentlich. Ein einziger 5er Crit Widerstand fehlt dem Rampart jetzt noch zu seiner 7er Verzauberung. Die werde ich machen, wenn ich wieder den Boost aktivieren kann. Das wird mir einfach zu teuer. Ich schaue jetzt mal weiter durch. Der Seve hat nicht mal Trades. Ach du Scheiße. Also der Account braucht wirklich noch ein ziemliches Makeover. Ich weiß nicht, was hier passiert. Aber die Trades sind schrecklich. Der Account an sich ist mega geil. Die Helden sind geil. Die Helden machen Spaß. Der Account hat 420k Macht. Aber hier ist so viel zu tun. Also wenn die Trades alle stimmen, dann ist er auf 600k. Richtig biestiger Account. Und die Trades sind ganz schnell im hinterhereiern. Also da bin ich hier mal genau richtig und kann hoffentlich mal ein bisschen was ändern. Der Seve kriegt jetzt erstmal Genauigkeit. Weil, naja, ein Seve ohne Genauigkeit macht überhaupt keinen Sinn. Der trifft nichts. Sehen wir uns wieder, wenn ich beim nächsten 5er bin oder fertig bin. Denn der Seve wehrt sich genauso zickig wie der Axtoran. Deshalb gehe ich zu dem jetzt einfach nochmal zurück. Vielleicht gibt der nach. Den Seve habe ich jetzt auf gar keinen Fall auf Genauigkeit bekommen. Das war mir wieder viel zu teuer. Ich weiß nicht, was das soll. Teilweise kriegt man super leicht. Zum Beispiel hier. Was ist denn das jetzt? Okay. Damit ist der Axtoran fertig. Und teilweise zahlt man sich da dumm und dämlich und bekommt gar nichts. Da würde ich dann einfach mal woanders probieren, wie jetzt gerade eben. Ich wette der da auch gar nicht. Echt, das ist ja unglaublich, wirklich. Und dann funktioniert das auch eigentlich alles irgendwann. Ich werde den Waller jetzt höchstwahrscheinlich auf Crit Widerstand bauen, weil ich das jetzt bekommen habe. Ich würde Dodge oder Crit Widerstand empfehlen. Macht beides Sinn. Crit Widerstand LP ist sicher wahrscheinlich stärker im Endgame mittlerweile gegen den Dyna. Ich packe jetzt Crit Widerstand drauf, einfach weil es rechts gerollt wurde. Das ist beides gut. Und ich glaube, da kann man sich nicht beschweren. Ich werde meinen auch noch umbauen auf Crit Widerstand wahrscheinlich. Ich habe jetzt an die 10 Vierer Crit Widerstand bekommen. Aber ein Fünfer will einfach nicht kommen. Das ist wieder so ein total verzwackter Held. Ich glaube, ich gebe den gleich auf und schaue dann mal beim Zeph wieder rein oder so. Ich habe irgendwie das Gefühl, wenn man hin und wieder die Helden abwechselt, dann hat man eher die Wahrscheinlichkeit, dass mal was Gutes kommt. Wenn man lange auf einem bleibt und da nichts bekommt, dann sollte man aufgeben oder halt wenigstens pausieren. So, ich habe jetzt aber den Rahmen langsam erreicht. Hier sind jetzt wirklich ein paar Helden endlich mal brauchbar geworden. Also der Dyna hat eh geile Trades gehabt. Dieses kalte Erbe ist jetzt auf 6 von 6. Die Welt ist auf 6 von 6. Die Wasserheilig ist auf 6 von 6. Der Rampart ist auf 6 von 6. Der Zeph fasst. Der Waller ist auch auf 6 von 6. Also ich denke, ich habe einiges erreicht mit den 80er Gems, die ich jetzt reingehauen habe. Der, naja, Axturian hat es sogar auch noch auf 6 von 6 geschafft. Es waren jetzt 84.000 Gems, die ich da reingehauen habe. Wir haben Verstärkung und Gewinn. Und deshalb nehme ich jetzt einfach mal alles mit. Und ich bin mal gespannt, was bei diesem mysteriösen Preis am Ende bei rauskommt. Also das hier ist ja alles klar, sieht man ja. Ich finde die Belohnungen echt frech. Man kriegt sogar noch 10k zurück, wenn man 50k reinhaut. Das ist nice. Der Rest ist kacke. Was kommt hier raus? Wow. Das ist wirklich geist. Dass es richtig dreist. Also das ist mega scheiße. Okay. Weiß ich jetzt schon beim Voraus, es lohnt sich nicht, das auf 80k voll zu machen. Schade drum. So, dann würde ich aber gleich sagen, ich lasse dem jetzt hier noch seine Gems übrig. Dann hat er noch ordentlich was fürs Schatzgrabbe-Event und so. Hat jetzt seinen Verstärken und Gewinnen voll gemacht. Hat jetzt endlich mal ein paar Helden mit gescheiten Verstärkungen. Ich habe knapp 200 Dünersteine, glaube ich, bekommen. Also alles in allem kann man sich nicht beschweren. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Weil es ist jetzt wirklich mal ein ganz anderes Style von Video gewesen. Ich weiß nicht, ob ich das in Zukunft öfter machen soll. Da würde ich mich über Feedback in den Kommentaren freuen. Es ist jetzt auch relativ lang. Ob ich das vielleicht hochladen soll, aber kürzer. Ob ich die ganzen Openings zeigen soll und nicht am Ende nur das, was ich bekommen habe, reinschneiden soll. Ob ich überhaupt Trades rollen soll oder ob das total langweilig ist. Also da ist ja noch alles verhandelbar und machbar. Ich habe es jetzt erstmal so als Idee raus. Und ich werde es jetzt auch so hochladen. Ich bin mal gespannt, was ihr dazu sagt. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis denne. Bis zum nächsten Mal.